Supersatz, antagonistisch gegen die übrigen Muskelgruppen, auch heute mal mit einer Bauchübung, damit ihr seht, dass ich natürlich auch Bauch trainiere, heute mit geladenem Akku, so dass wir alles filmen konnten. Supersatz, antagonistisch, nächste Woche geht es weiter mit Giant-Sätze und danach nicht mehr von hier, sondern dort, wo es warm ist, mit HFT-Cluster-Training, aber mit vollen Clustern 4er, 5er, 6er, 7er. Das war's, Andreas Triebacher, Börsen-Trainer aus Karlsruhe und deine Fitness-Freieraufgabe. Das war's, Andreas Triebacher, Börsen-Trainer aus Karlsruhe und deine Fitness-Freieraufgabe. Das war's, Andreas Triebacher, Börsen-Trainer aus Karlsruhe und deine Fitness-Freieraufgabe. Das war's, Andreas Triebacher, Börsen-Trainer aus Karlsruhe und deine Fitness-Freieraufgabe. Das war's, Andreas Triebacher, Börsen-Trainer aus Karlsruhe und deine Fitness-Freieraufgabe. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020